Den sogenannten Peak, wie gesagt, aber ein bisschen steigern können wir uns noch, denn die Musik von dem nächsten Mann, den wir euch mitgebracht haben, der freut sich große Beliebtheit in der Szene der Tanzbegeisterten, sein Name ist Cy Cranston und diesen Song wollen wir mit euch zusammen singen und dazu wollen wir gleich mal checken, wie die Stimmbereitschaft heute hier aussieht auf dem IGA-Gelände in Berlin. Wenn ihr bereit seid, gebt uns ein Hey! Das waren Verreckerfreunde, die haben höchstens 10% mitgebracht, das können wir bei erhöht stehen, genau beurteilen. Also nochmal tief luft und lasst uns nicht hängen, gebt uns ein Hey! Jetzt kommen wir langsam in die richtige Richtung, wenn jetzt noch alle mitmachen, auch die nach oben sitzen, dann haut Sinn. Also nochmal schön laut, gebt ein Hey! Ho! Letzten Echo! Ho! 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 Und hier! Ho! 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 Ho Ho! 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 Ho